Herzlich Willkommen! Ich freue mich, dass du hier bist. Ich bin Christoph, und gemeinsam werden wir heute beten. Die kraftvolle Bestätigung, die wir heute verwenden werden, ist die 369 Methode, die neue Segnungen, Durchbrüche und Fülle manifestiert. Diese Methode ist ein Schlüssel zur Wundermanifestation. Ich lade dich ein, diese Energie zu aktivieren und die Tore des Erfolgs, des Wohlstands und der Wunder für dich zu öffnen. Wichtig ist, dass du weißt, wie die 369 Manifestationsmethode funktioniert. Du wirst die Affirmation dreimal am Morgen, sechsmal am Nachmittag und neunmal am Abend wiederholen. Diese Technik ermöglicht es dir, sofortige Manifestationen zu erleben. Richte deine Aufmerksamkeit auf den Magnetismus des Erfolgs, des Geldes und des Überflusses. Lass alle Sorgen und Ängste los und wäre positiv. Diese Manifestationsmethode kann fast sofort wirksam werden. Führe sie neun Tage lang aus. Mit all meiner Absicht und dem Heiligen Kodex öffnen sich die Wege vor mir, um den vollen Wohlstand zu empfangen. Das Licht Gottes, die liebevollen Engel und Lichtwesen begleiten mich auf dem Weg zum Erfolg und Wohlbefinden. Alle Türen sind offen, um den göttlichen Plan für mich zu empfangen. Die Engel und Lichtwesen öffnen die Tore des Wohlstands, und Geld fließt leicht, konstant und kontinuierlich. Ich lasse die Goldmine, die in mir ist, frei, und Gottes unbegrenzte Versorgung manifestiert sich. Wiederhole diesen Prozess, um weiterhin Wohlstand zu empfangen. Danke fürs Zuhören. Wenn du bereit bist, segnen zu empfangen, gib Amen ein. Wenn du dich im Überfluss fühlst, gib Amen ein. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere Segnungen zu erhalten. Schau dir jetzt diese wichtige Nachricht an.